Die Firma Labadar ist eine kleine Manufaktur aus Frankreich, die ausschließlich Vollverstärker und vor Endstufen herstellt. Dieses Gerät ist das kleinste Modell der Labadar IS im Programm des Herstellers. Was Labadar auszeichnet, ist eine Eigenentwicklung von Transistoren, die so gut wie keine Speichereffekte haben. Damit erreicht Labadar eine klangliche Performance, die der eines Röhrenverstärkers sehr ähnlich ist. Die klingen sehr frei, sehr luftig, sehr natürlich, mit sehr authentischen Klangkörpern der Instrumente, ohne den Klang zu verfärben. Das kleinste Modell ist in der Lage schon sehr ausgewachsene Lautsprecher zu betreiben und wir in unserem Studio verwenden den sehr gerne mit Habeth oder auch Living Voice Lautsprechern. Es wird ganz bewusst auf jeglichen Komfort verzichtet. Auch eine Fernbedienung findet man vergeblich beim Labadar, weil das alles Dinge sind, die den Klang beeinträchtigen können. Also Labadar ist im Moment für mich am Weltmarkt einer der absolut führenden Verstärkerhersteller, die ein absolut natürliches Klangbild gewährleisten. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich gerne das Gerät in unserem Studio anhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.